Und nun eine böhmische Weihnachtsgeschichte, und zwar vom vierten heiligen Dreikönig. Ich fürchte, man kennt mich nur sehr wenig. Ich bin das vierte heilige Dreikönig, geboren, no, das hört man eh, im schönen Hruttlatschek in Kralowä, mit Namen Irschi Brichoda. In der Bibel stehe ich nie wo da. No, das ist eine traurige Geschichte, die welche ich heute euch berichte. Es hat der Stern von Bethlehem gemocht, einen Umweg über Bäumen. Und drauf hab ich gleich gewisst, ha, geboren ist der Jesus Christ. Nun, weil wir beim Benehmen haben, besorge ich gleich schöne Gaben. Natürlich nicht der Geschistig Schastl, nein, Ollmützer Quargel in hülzernem Kastl. Meine Kollegen, die anderen Dreikönig, waren ungeduldig schon ein wenig. In der Maschkusch, sie mussten worten, bis ich gekommen bin von Norden. Und Schien vermächtig kriegen, uuuh, no, sag ich, kann ich vielleicht fliegen? Dann sind wir scharf rechts abgebogen und nach Jerusalem gezogen. Ah, das Wetter dort war wunderschön, man hat da Sonne nur gesehen. No, Prosimbane, was sag ich Ihnen? Mein Quargel fangt da an zu rinnen. Der Balthasar hat gleich geschniffelt, was in der Wiste da so tiftelt. Doch ich hab zu ihm gesagt, du weißt nix, ein Quargel, was nicht tiftelt, heißt nix. Der Stern, der vor uns hergezogen, ist plötzlich nicht mehr weitergeflogen. Hat macht am Bremser über Stadl. Oh, drin war der Bursch mit seinem Madl. Und in Bramburi Kistl mit Stroh und Windl. Na, da ist gelegen, des himmlische Kindl. Der Kaspar, Melchior und Balthasar bringen Gold, Weihrauch und Mirredar. Und ich, ich bring Kistlhulzernes mit Olmitzer Quargel geschmolzernes. Darauf sagt der Josef, du Maria, du Maria, ich möcht wissen, hat sich der Bursch schon wieder angeschirrt. Der Evangelist Matthäus hat gestrichen drum mich aus dem Weihnachtsevangelium. Deswegen, man kennt mich nur sehr wenig. Ich war das vierte heilige Dreikönig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020